Ich bin sehr froh, dass ich heute Abend hier bin. Es war knapp. Sie können im Fall froh sein, dass ich heute Abend überhaupt hier bin. Also pünktlich. Ich hatte heute Nachmittag noch einen Termin. Dann dachte ich, nachher mit dem Auto noch auf das Zürich fahre. Da muss man einfach genug Zeit einrichten. Ich dachte, so fünf Stunden sollten langen. Von Öhrlichen. Ja, ha, 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 das sind 3700 Meter. Hey, du kannst nicht mehr fahren auf der Strasse. Sie sind so verstopft. Alle sind mit dem Auto unterwegs, oder? Alle hocken fett in den Kerern. Ich meine, habt ihr schon mal gehört? Klimawandel, hallo? Kleiner Tipp, oder? Also mit der S-Bahn könntest du von Öhrlichen an die Hartbrücke fahren, in zwei Minuten, und ich habe freie Bahn durch den Milchbuch. Ja, ha, ich, hey, ich will nicht Autofahren. Ich muss, oder? Und ich mache es nicht gerne, weil Autofahren macht keinen Spass mehr. Nicht mehr. Mit all diesen Idioten auf der Strasse. Nein, es ist total nervig, oder? Was hat es damals für ihn geheissen? Automobil. Mobil. Heute ist das Auto. Nein, ich habe... Es gibt Leute, wenn dort die Frau sagt, heute Abend muss man pünktlich zu Hause sein, wir haben ihn besucht, dann geht der gar nicht mehr aus dem Haus. Ich habe einen Kollegen, der hat jetzt zwei Autos, eins im Geschäft, eins zu Hause, dann muss er nicht mehr hin und her fahren. Ich habe von einer Bude gehört in Uster, die machen eine Fahrgemeinschaft. Einer hinter der anderen. Nein, so doof. Auf jedem Auto sitzt nur einer. Überleg doch mal, man müsste einfach miteinander reden. Vielleicht könnte man mal einen Kollegen mitnehmen, oder so. Ja, also bei mir geht das jetzt nicht. Nein, bei mir geht das wirklich nicht, weil ich habe das einfach nicht, ähm, gerne. Also, ich will das nicht. Meine Frau will ja auch allein im Auto sein, ohne meine Korrekt... Also, allein einfach ohne mich. Aber die Leute, Sie, Sie könnten sich alle mal ereignen und mal überlegen, was jeder Einzelne kann beitragen, dass ich wieder freie Bahn habe. Voilà. So ist das.